Töte uns weiter. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das eben gemacht habe. Na, sieh auch nicht. Naja, ist ja egal. Aber auf und zu gehen unsere Züge ganz schön schnell, ne? Ja, das ist... Ich überlege ja jetzt schon immer. Ich weiß jetzt schon, was ich machen würde. Ich warte aber nur auf die nächste Karte. Tust du das? Hm. Cool. Ich will wissen, was du machst. Ja. War ich nicht. Ja, doch. Nein, war ich nicht. Ja. Am besten zweimal noch treffen. Nee, doch nicht. Wer was gibt. Ja. Kannst mich mal echt. Warum? Warum? Weil du ein Arsch bist. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Für den König. Ach ja. Du bist schon so ein Knacker. Ja, zieht da auch nur zwei Karten erstmal. Äh, ich muss ziehen. Ja, musst du. Nö, 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 nö. Komm, mit der Karte. Oh, alter. Ja, doch nicht. Nö. Ich habe ein riesiges Glied. Ja, du mit deinem Glied immer. Der hat ein riesiges Glied hat der. Also erstmal die hier. Das war's. Aber überleg mal, wie groß die Waffe auch ist. Nö, nö. Für so einen kleinen Zwerg, alter, der hat ein riesiges Gewehrglied. Mhm. Guck. Nur ich und Herr Beißerchen. Ja, nur ich und Herr Beißerchen. Hm. Genau. Was meinst du denn, mich direkt angreifen zu müssen? Unglaublich hier. Mhm. Kürzlich, das so. Ich spiele echt immer um Katapult rum. Ja, du hast so Langeweile. So wie ich denn jetzt? Also dann hätten wir das nicht mit einbauen sollen. Was man da dran rumspielen kann. Ich mach' aber erstmal so. Ja, du kannst nicht mal, echt. Ich weiß sonst nicht, was ich hier machen sollte. Sylte? Hm. Sie werden nicht wissen, ich hab' kein... Ich hab' kein Monster. Nicht wirklich, ne? Mhm. Nächste Runde bin ich kaputt. Ein Schuss. Ein Bein. Ja. Das ist Zielglück. Ja, das ist wirklich Zielglück. Das stimmt. Ja. 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 muss ja auch ein bisschen hochgeführt werden. Ja. Jetzt bin ich schon wieder dran. Jawoll. So eine Schocks erhöhen, in einer Karte zu bekommen. Ja. Ja. Zumindest eine Karte, die ich gerade bekomme, ist gut. Gar keine. Ja. 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 Ich freu' uns ganz zu meinerseits. Ich freu' uns ganz zu meinerseits. Danke. Hä? Was war das eigentlich für ne Loki eben? Weiß ich nicht. Aber hast du auch gehabt so, ne? Ups. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Boah, Junge. Nein. Du gehst mir mit deinen Dingern auf den Sack. Ja. Gutes Spiel. Du hast eher Gutsch. Warte. Warte. Danke. Fehler wurden begangen. Das war's. Das tut geil, man kann so blöd zu mir die Karten machen, echt. Ja, meine Güte, gehst du mir damit auf den Keks. Ey, solche Dinger, die kosten nur ein... Ja, die kosten auch nur einen Mana. Weißt du, hast ein ganzes Deck voller nur diese Magierkarten? Ja. Unglaublich. Fehler wurden begangen. Was? Ich werde euer Tod sein! Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Fehler wurden begangen. Hm, das ist für mich nicht da. Ach ja. Manchmal, ne? Aber nur manchmal. Aber nur manchmal. Aber nur manchmal. Hast du genauso viel tun wie ich gerade? Bestimmt, ne? Ja. Ich warte noch auf höhere Level. Ja, genau. Nimm deinen Wudendolch noch hier. Ramm dir doch selber in deinen Arsch. Alter, spinnst du? Boah, hast du keine drei angereist. Noch, ey. Aber den Schaden habe ich ja eben bekommen, also... So oder so ist ja egal. Hauptsache, die Karte ist aber weg. Ja, fickt du mich auch. Hast du mich gemacht. So, mach erst mal Spott fertig. Na, jetzt kommt Schaf. Ich habe ein Rieseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses. Dein riesiges Glied, ne? Das kannst du ja woanders reinstecken. Ich mach doch los. Ich weiß. Noch nix. Hm, noch nix. Joa, zieht das nur zwei Karten. Schön für dich. Weil sich schnell die Züge gerade immer durchgehen. Klack, 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 alles ausfüllen. Fertig drücken, lass mal laufen. Du bist schon dran, dann bist du ja doch am machen. Aha. Das ist unglaublich manchmal. Oh, das stimmt. Hm, ja. Komm. Ich habe ein riesiges Gewicht. Ach ja. Aber manchmal mach ich mir davon, äh, wieso, was soll ich jetzt machen? Ja, tu mich auch. Ja. Du kannst mich noch nicht. Was denn? Du kannst mich halt einfach mal... Nö. Kreuzfallen. Nein, einfach nicht. Einfach doch. Komm, du hast jetzt nur eine Chance. Oder zwei. Ja, guck. Hast doch schon wieder eine Chance reingeräumt. Ist doch nicht wahr, ey. Nee. Oh ja. Guck, jetzt hast du das Blatt schon wieder gewendet. Ja, aber ich habe trotzdem verloren. Nee. Doch, habe ich. nicht. Ich habe die Karten. Wenn du die Sinn würdest, wüsstest du gar nicht, was du mitmachen sollst. Nee. Nur Chance. Glaub ich dir aber nicht so wirklich. Nee, ich habe verloren. Das war's. Ja. Guck mal, wie knapp das, wie du knapp verloren du hast. Mhm. Ey, das... Das ist doch nicht wahr, ey. Ich habe keine Kartenrichterwand. Da holst du jetzt auch mehr Leute ran. Oh. Ja. So knapp verloren, ey. Ja. Das war... Das war Kinderbild, ja. Ich hatte keine Monster mehr. Mhm. Ich sah's auf Monster drauf, die... Da konntest du nichts mitmachen. Naja, manchmal hat man das wirklich. Hab ich ja gemerkt. Mischidex. Treibe Morlocks zusammen. Und schon wieder die gleichen. Ja. Seid auf der... Ach ja. Ihr habt es so gewollt. Ah, auch noch erster. So, die Beine können weg. Jo. Geht. Bisschen besser als vorher, aber trotzdem nicht wirklich. Das kann ich nicht tun. Klar kannst du das. Boah, ich muss eigentlich pinkeln, ey. Ist doch nicht wahr. Äh, ich war ja schon. Ja toll, aber ich müsste gleich wieder. Einsatzbereit! Oh, hast du den eigentlich immer wieder? Man scheint wohl ja. Alter. Mann! Ich hab wieder diese Weitkarten. Na ja. Ach hier. Kannst du mir mal. Ich hab nichts anderes. Was? Tröste dich. Das ist ein Arsch. Geil, geil. Ich hab nichts anderes. Wirklich nicht. Das war das, ich weiß. Wirklich nicht.